Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute geht es darum, wie ihr schnell leveln könnt und zwar habt ihr und auch ich einiges an Erfahrung liegen gelassen, natürlich nicht alle, aber der größte Teil, da bin ich mir definitiv sicher und ihr denkt jetzt, ich level doch ganz normal und Codex und so, wie lasse ich da Erfahrungspunkte liegen und zwar geht es auch um den Codex und wir gehen einmal hier rein und zwar seht ihr, wir haben hier den Battle Pass und normalerweise haben wir jetzt hier die Mission, ich habe jetzt einen neuen Charakter erstellt, also nicht wundern und dann kriegen wir halt diese Kübel, wenn wir voll machen, kriegen wir Erfahrung und in dem Fall werden das jetzt 8000 Erfahrungen, ist ein guter Bonus, dazu gibt es ja auch mal Erfahrungspunkte, aber das Ding ist, mit dem Level, die ihr steigt, skaliert das Ganze, jetzt könnt ihr sagen, gut, wenn ich das vielleicht voll mache, dann skaliert das damit, nein, ich habe das Ganze mal getestet, hatte, also was ich hatte, ich habe einen Totenbeschwerer 38, ich habe den auf 39 gelevelt und von 484.000 Punkten ist das auf jeden Fall gestiegen, ohne dass ich den Battle Pass, also dass ihr weiter aufgefüllt habe, ich werde das Ganze auch mal demonstrieren, ich werde es mal leveln, ihr seht, ich bin Level 11, 8000 Punkte habt ihr gesehen, ich zeige euch das noch einmal, 8000 Punkte würden wir bekommen, wir leveln jetzt einfach mal bis Level 15 oder so, das Ganze mache ich jetzt, mache ich jetzt einen Cut rein und dann sehen wir uns mal gleich wieder. So Leute, da sind wir auch wieder, wie ihr seht, oben links Level 20, ich habe jetzt alles gemacht, ohne Codex einzusammeln, ne, und wie ihr hier seht, noch 0 von 40 und wir kriegen mittlerweile nicht 8000 oder 9000, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ich meine, das waren 8000, sondern mittlerweile 27800 Erfahrungspunkte und ihr seht, wir haben hier auch nichts eingesammelt, 1 von 4, 0 von 4 und, 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 ne. Und im Guide sogar nicht mal die normalen XP habe ich eingefordert, gut, das können wir machen, das ändert hier oben eh nichts, ihr seht ja 27800, hier hat sich nichts geändert, wie gesagt Leute, das lohnt sich auf jeden Fall zu sammeln, denn einfach aus dem Grund, wenn ihr jetzt irgendwann mal Level, sagen wir mal, ihr spart bis Level 50 und dann ballert ihr alles rein, ihr werdet so viel Erfahrungspunkte bekommen, dass ihr einfach viel schneller levelt, oder ihr macht das wenigstens ab Stufe 30 oder so, aber, ich weiß, das ist ein bisschen schwer zu widerstehen, diesen ganzen Kram hier halt einzusammeln, aber, es wird sich lohnen, glaubt mir Leute, ihr werdet so einen guten XP-Stup haben, dass ihr einfach viel schneller dann am Ende vorankommt, ich meine, die ersten Level, 20, das war so easy. Und jetzt allein schon, wenn ich vergleiche, wenn ich jetzt den ersten Bonus hier bekommen würde, schon der Unterschied von 27.000 zu 8.000 ist einfach mal 19.000 Erfahrungspunkte, die man so jetzt verschenkt hätte, deswegen Leute, spart euch das einfach auf und genießt dann die Erfahrungspunkte, die ihr zusätzlich bekommen werdet. Wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Like und Abo freuen, sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!